Können wir dich nicht? Ein Dietrich? Wie funktioniert das? Hey, wie geht das? Ah, das ist was grünes. Das grüne muss gar nicht diese Stichel zeigen. Äh. Boah, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hier. Es tut mir leid, ich weiß es halt nicht. So. Jetzt müssen wir es mal hier. Sack. Wow. Autsch. Wall of Duty. Oh. Hat bestimmt wehgetan. Ja sicher. Immer mit deinem Headset von meinem Ohr runter, Junge. Boah. Und erst jetzt kommt dieses Präsenz-Scheiß, Alter. Lecker. Was für Muskeln der hat, Junge. Überall. Einmal ist auf einem Stück Holz. Wir bitten, wir bitten, wir bitten, wir bitten. Ja. Hahaha. Wolfenstein. The New Order. Shipkill. Roadkill. Nein, das ist ja keine Straßen. Trotzdem. Für Schiffe. What a roadkill. Meine Güte. Das sind Russen. Oder Polen? Ich würde mir auf Polen tippen. Das, meine Doktorze. Oder Franzosen. Nein, keine Franzosen. Ich habe mich nicht mehr so lange in einem Polenstuhl. Ich habe mich nicht mehr so lange in einem Polenstuhl. Ich habe mich nicht mehr so lange in einem Polenstuhl. Vielleicht auch. Boah, keine Ahnung. Das sind Deutsche. Ich habe mich nicht mehr so lange in einem Polenstuhl. Haben Sie doch Fragen! Zeichnen Sie! Na, wo das geht. 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 Wie ist das? Ich hab da auf jeden Fall irgendwas mit Untermenschen gehört. Hier ist das, was ich weiß. Ich bin in Polen. Ein Hospital. Ich habe das insane Asylum. Polen. Ich gebe das. Das ist ihr Vater. Schrank. Und ihr Mutter. Ein typischer Pfarrmachst. Sie fahren den Ort, wo ich denke. Die Musik ist voll chillig. Und manchmal sind die Nachbarn. Und manchmal sind die Nazis. Sie verlassen mit Patien und Schäckle. Wie die Todes hat eine persönliche Kantein. Die Schrank ist hell und alles. Aber in der Ende, er schreibt. Keine Wahl, ich glaube. Ich habe nicht all das gesehen. Schön, dass sie ihn da lassen. Ich bin zufrieden, wegen diesen Menschen. Ich werde besser. Ja, den halten die ja für komplett behindert. Ja, aber den hätten die ja töten sollen. Nein, nein, die wollen die nur als Test-Subjekte. Die sind alle zusammen. Für weitere The Super-Soldaten. The Super-Soldaten. Für mehr davon halt. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. War kein Grund, bösehlich zu werden, Doktor. Sie haben zufrieden... Oh mein Gott! Das Lied Neu Berlin läuft im Hintergrund. Es gibt ein Haus in Neu Berlin. Weiß ich nicht. Aua, schieß doch nicht, du Hurensohn! Alter, was ist für ein Hurensohn Oh ja Hast du die Pistole gesehen? Nee Boah, wie cool Digga, nicht mal die Waffen im 21. Jahrhundert sehen so aus Er ist halt jetzt verweichlich geworden, weil er sich an der Rollstuhl rumsaß Das ist eine Luga in der Aspen-Kipote, so sieht er aus Np5 Boah, die Waffe ist nice Man, schade, dass man nicht wie bei Far Cry 3 so einen richtig sexy Takedown machen kann Du mein Freund wirst sterben, genau wie du Dead Eye So Boah, die haben so viele Leute umgebracht, diese Wichser, alter Und wer haben sie weggeschleppt? Allseits bekannt, Nazis sind einfach nur scheiße Hm, ich bin zwar kein Gefühlsduselei Mensch, aber das geht echt Die haben die Tür noch Menschen zu killen, nur weil sie eine Behinderung haben, ohne Witz, Mann Nein, die haben sie ja gekillt, damit es keine Beweise mehr gibt Alles Schieß mal auf den Feuerlöscher Du bist so dumm, Mann LOL Ein Feuerlöscher von Millionen Und wenn ich mich erinnern darf, das ist erst 1916 So, erstmal richtig gekonnt Zack Das war doch ein nice Ding, oder? Ja, meistens sind halt Instakills und Instakills sind nicht so geil Da liegt ein Maschinengewehr auf den Tisch Maschinengewehr Shotguns machen doch auch Instakill Der musste immer noch zählen damit und rennt es nicht direkt zu Aber deswegen kann der eine Shotgun der Munition ausgeben Das ist nicht so gut Das ist der Exit Motorized Locked Wo ist das? Oh lol, der Rektor Ist hier was? Ja, der ist knapp Ah Ähm In Deckung Idiot In Deckung Vier Leben, Alter noch Hab ich ne Granate? Boah, das gibt's doch nicht Warum sterben die Wichser nicht? Weil das sind ja ganz, was gesagt Das sind Nazis Und Nazi-Kogen können Nazis nicht anhaben Deine Ausreden, Alter Aber da hast du ne bessere Erklärung Hä, wie der noch rumschneicht Oh was, was mach ich eigentlich? Lass mal gucken Perks Wie man Deadeye bekommt Beziehungsweise was Deadeye überhaupt macht Ähm, Deadeye ist Dann muss man die Challenges erfüllen Das haben wir ja schon gemacht Ahja Siehst du? Hier Headshot-Kills, damit wir das bekommen Und was ist das? Ähm, was ist das mit dem HP? Was muss man denn beim... Äh, Kills While Sprinting Sliding Da kann man schießen? Ja, du musst dann sliden Boah, das ist ja cool Dann nehmen wir mal die Akimbo's Oder besser gesagt die MP5 Akimbo Du kannst auch Akimbo Messer nehmen Probier das mal aus mit dem Sliden Ja Ey, wie cool Dann musst du jetzt nur noch Kills machen Dann kriegst du dieses Perk Ey Ich muss jetzt erstmal mein Leben aufladen Die liegt allerdings nicht mehr rum Was müssen wir denn jetzt machen? Wir müssen da durch durch die Tür Durch die hier? Nein, andere Hier waren wir schon Durch die da Da, da, da Nicht dort geradeaus Oder nach links Oder das Treppenhaus hoch Da waren wir auch noch